Hallo und herzlich willkommen hier auf der Couch. Heute geht es um Telemanns Verlag und darum, wie es im 18. Jahrhundert mit der Verlegerei so im Allgemeinen vonstatten ging. Ein weites Betätigungsfeld und eine nicht ganz unwesentliche Einnahmequelle war für Telemann in seiner Frankfurter Zeit und dann aber vor allen Dingen in Hamburg sein Verlag. Das hatte einen ganz einfachen Grund. Es gab nur wenig Musikverlage. Der Typendruck, also lauter so kleine Steinchen, die man aneinandersetzt, war zwar schon erfunden, ist für Musikalien aber ein bisschen tricky. Es gibt ja viel mehr musikalische Zeichen als Buchstaben und wenn man Vokalmusik singt, dann kommt der Text ja auch noch mit dazu. Abgesehen davon ist der Markt für Musikalien viel kleiner als der für Bücher. Ohnehin waren Druckerzeugnisse das totale Luxusprodukt. Ist ja heute noch so. Oder warum sind Noten so teuer? Diesen Markt bedienten private Verlage wie der Telemanns. Auch Johann Matheson brachte seine Werke auf diese Art heraus. Hier ging es um kommerzielle Verbreitung. Also wurde vor allem Musik gedruckt, die immer zu gebrauchen war. Zum Beispiel Instrumentalmusik oder Vokalekammermusik. Die ersten Ausgaben schon im 17. Jahrhundert waren Materialbücher, Liedersammlungen, Lauten- oder Tastenmusik. Mit Breitkopf und Hertel startete 1719 in Leipzig der weltweit erste ausschließliche Musikverlag. Offizielle Kirchen- oder Hofmusik wurde hingegen meist für einen bestimmten Anlass komponiert und dann meist auch nur einmal aufgeführt. Seien es Geburtstage, Friedensverträge oder kirchliche Feste. Das Aufführungsmaterial dafür wurde noch bis ins 19. Jahrhundert oft vor Ort von Hand kopiert. Und das war eigentlich auch ganz sinnvoll. Der Bedarf war vor Ort. Einen nationalen oder gar internationalen Markt hätte wahrscheinlich keine Huldigungskantate für Fürst XY interessiert. Durch den wild wehenden Zeitgeist und ökonomisches Gespür erkannte Telemann die Möglichkeiten, die ein Verlag bot. Mit ihm ließen sich die Finanzen aufbessern, aber vor allem auch die Bekanntheit steigern. So konnte er auch ein Publikum bedienen, das ihn, den berühmten Komponisten kannte, das seine Musik spielen wollte oder das sich manchmal auch einfach nur rühmen wollte, seine Musik in der Bibliothek zu haben. Das Unternehmen wurde schon bald Telemannischer Verlag genannt. Er brachte dort bis zu acht Editionen im Jahr heraus. Das war zum Beispiel der getreue Musikmeister. Eine Zeitschrift, die alle 14 Tage erschien und Kammermusik wie Suiten oder Sonaten enthielt, manchmal auch Opern, Arien, die für kleine Besetzungen arrangiert waren. Clevererweise teilte er manchmal die Stücke, sodass der letzte Teil erst in der nächsten Ausgabe erschien und man sich beide Ausgaben kaufen musste, um das komplette Stück zu haben. Außerdem brachte er Instrumentalstücke in verschiedenen Besetzungen heraus, die Kantatensammlung, der Harmonische Gottesdienst samt Fortsetzung und nicht zuletzt die moralischen Kantaten und die Singespiel- und Generalbassübungen, um die es hier auf diesem Kanal besonders geht. Und für so ein Unternehmen war so einiges nötig. Zusätzlich zu seinen Verpflichtungen als Musikdirektor komponierte er für den Verlag. Dabei hatte er sein Publikum genau im Blick. Das waren neben Kollegen vor allem Dilettanten. Von Dilettare, Ergötzen, Erfreuen. Also recht professionelle Laien. Unter den wohlhabenden Städtern gab es damals viele, die Zeit und Muße hatten, täglich viele Stunden zu musizieren. Außerdem hatten sie das nötige Kleingeld, um Noten zu kaufen. In vielen Städten taten sie sich in Kammermusikgruppen zusammen und waren ständig auf der Suche nach neuer Literatur. Telemann kam ihren Bedürfnissen insofern entgegen, als dass er Stücke schrieb, die technisch gut zu bewältigen sind, die aber trotzdem musikalisch ansprechend und spannend sind. Und das sind nur zwei kompositorische Tricks, mit denen er seinem Publikum entgegenkommt. Noch mehr finden Sie auf meinem Kanal. Der nächste Schritt war es, die Druckplatten zu stechen. In seiner Autobiografie schreibt er, er hätte alle Platten selber gestochen. Ob er das, wie lange angenommen wurde, wirklich alles selber getan hat, ist inzwischen umstritten. Vielleicht hatte er Mitarbeiter, sozusagen eine Werkstatt, die er ja zum Notenkopieren auch brauchte. Sicher ist auf jeden Fall, dass er alles kontrolliert und korrigiert hat. Auf jeden Fall hat er das Drucklayout mit in die Komposition einbezogen. Die Singespiel- und Generalbassübungen und die Solophantasien passen jeweils auf eine Seite. Gedruckt wurden die Noten dann von den örtlichen Druckern. Von einer Platte kann man ungefähr 500 Abzüge ziehen. Nun ging es an den Vertrieb. Eine Grundlage für guten Umsatz ist, auch heute noch, Werbung. Telemann schaltete regelmäßig Anzeigen für die neuen Veröffentlichungen in Zeitungen und Zeitschriften und lud zum Subscribieren ein, also zum Abonnieren vorher rauskommen. Mit der Zeit entwickelte sich ein fester Abonnentenstamm. Durch die schon vorher sichere Abnehmerzahl war das wirtschaftliche Risiko einer neuen Ausgabe überschaubarer. Die Beziehung zu seinem Publikum und seinen Abnehmern pflegte er mit viel Energie. Er korrespondierte rege mit ihnen und schrieb hunderte Briefe. Neben den Subscribenten, also den Subscribers, den Abonnenten, gab es noch die Kollekteure. Das waren Zwischenhändler, die meist eine größere Stückzahl abnahmen und dann weiterverkauften. Meist erhielten sie die Ausgaben zum verbilligten Einkaufspreis oder das elfte Exemplar gratis. Als besonderes Bonbon wurden sie manchmal in den Zeitungsankündigungen namentlich erwähnt, ebenso wie die Buchhändler, wo die Publikationen sonst zu erhalten waren. Hamburg war die ideale Stadt für solch ein Unternehmen. Als Hansestadt mit großem Hafen war es bestens an die Handelsrouten per Schiff oder Postkutsche angeschlossen. Telemanns Kontakte erstreckten sich über den deutschsprachigen Raum hinaus bis nach Skandinavien, Russland oder Frankreich. Spannend ist, dass die Kosten für die Post sich damals nicht nach Gewicht, sondern nach Entfernung richteten. Deshalb auch die Kollekteure, die einen großen Stapel entgegen nahmen und dann weiter verteilten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017